Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, leider muss die Folge 25 von unserem Let's Play Together bei mir auf dem Kanal ausfallen. Ich hatte mit ganz schweren Audio-Problemen zu kämpfen, die mir dann die Aufnahme komplett versauten. So wie es aussieht, läuft es auch bei Legendary Marvel nicht. Der hat komplett die komplette Session anscheinend in den Sun gesetzt mit irgendwelchen technischen Einstellungen, die er nicht hätte da vornehmen sollen. Das heißt, Folge 25 gibt es nur bei Tante Günner zu sehen, den Link findet ihr in der Beschreibung oder hier in den Anmerkungen. Und ab Folge 26 geht es bei mir auch wieder weiter, die müsste jetzt auch sofort schon veröffentlicht sein. Dann viel Spaß dabei, bis dann, euer Egon Son.